Ist es gut für euch, wenn ich so ein paar Geschichten zu den Songs erzähle, oder? Ja, das ist gut. Das mache ich nämlich oft gerne. Der nächste Song, der ist wieder auf Deutsch. Ich versuche das ein bisschen anzuwechseln heute. Und bevor ich in Passau gespielt habe, habe ich in Wien gespielt. Und da war ich bei meinem besten Freund, den ich in Passau kennengelernt habe. Wir haben in Passau zwei Semester zusammen studiert und haben dann beide abgebrochen, um was anderes zu machen. Ja, nicht nur das, eher so die Liebe zur Musik. Und bei dem habe ich vorletztes Silvester gefeiert in Wien und war eine Woche dann über Silvester in dieser wunderschönen Stadt. Und da habe ich diesen Song geschrieben und das ist wahrscheinlich der Geschichten ähnlichste Song, den ich habe. Und ich mag eigentlich gerne, wenn man kleine Geschichten erzählt in Songs. Und das ist so eine Geschichte, die heißt Vom Leben am Schicksal. Ich spiele den jetzt mal ganz ruhig. Ich spiele den jetzt mal ganz ruhig. Ich spiele den jetzt mal ganz ruhig. Das ist vom Leben am Schicksal. Ich spiele den jetzt mal ganz ruhig. 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 in seiner Wärme. Wenn wir die guten Freunde treffen, die dir wirklich wichtig sind, dann ist es ganz egal, wo du bist, so lange sie noch bei dir sind. Lass doch die anderen nur schreien, für dich ist es nur ein Flüstern und steht ein Leben. Durch die Hände komm schon, halte es doch fest und wir lassen uns beschenken. Ohne unsere Werte zu verschränken, lass mich doch los. Das Instrument lassen wir klingen wie in der guten alten Zeit, wir haben vieles schon versucht, nur geht es besser so zu zweit. Ich versuch oft, dich zu vergessen, doch es geht nur leider nicht an dieses Mädchen nur erinnern. Ich verliere mein Gesicht, wir laufen weiter durch das Beben und ich suche nur vergebens. Lass mich doch los. Am 30. Dezember schneit der Schnee und wir leeren, zäuren, weinen billigen Rast. Man sagt mir, die Erinnerung muss her, doch dem, der sprach, dem viele ist schwer. Er friert in seiner Wärme. Und dann läuft er in die Nacht hinein, wann brennt hier alles ab? Das ganze Reden führt zu Halsweg, wann begreift er das denn bloß? Nun ist der Anzeiger auf dem Nullpunkt, die ganze Welt will explodieren. Ich stehe vor der Schatzzentrale, doch der Ort ist nicht so wichtig. Und es ist wunderbar, dass wir hier heute stehen, nur der Sonne entgegen. Nur der Sonne entgegen. Auch im Januar, da lag noch etwas Schnee und wir leerten zu euren Wein in den billigsten Bars. Die Erinnerung ist immer in meinem Kopf, doch dem, der sprach, viel ist trotzdem noch schwer. Es wird warm in meinem Herzen. Es wird warm in meinem Herzen. Es wird warm in meinem Herzen. Und wir lassen uns beschenken, ohne unsere Werte zu verschränken. Lass mich doch los. 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 Untertitelung des ZDF, 2020